Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute Morgen die Frühwarnstufe im Notfallplan für die Gasversorgung ausgerufen. Daraufhin haben wir sehr viele besorgte Anrufer erhalten, Anrufer erhalten von Unternehmerinnen, Unternehmen aus der sächsischen Wirtschaft, die nun wissen wollten, was das für sie bedeutet. Und deshalb möchte ich als Wirtschaftsminister eine kurze Einschätzung zur aktuellen Situation geben. Der zuständige Energieminister befindet sich aktuell in einer Sondersitzung der Energieminister und wird sich im Anschluss ebenfalls äußern. Es ist eine sehr ernste Lage. Sie alle kennen die aktuellen Diskussionen um die Rubelzahlungen von Gaslieferungen. Es ist eben nicht mehr ausgeschlossen, dass Russlands Präsident Putin in den kommenden Tagen die Gasversorgung nach Deutschland oder Europa unterbrechen könnte. Und darauf bereiten wir uns in Deutschland nun vor. Die Ausrufung der Frühwarnstufe bedeutet, dass im Bundeswirtschaftsministerium nun ein Krisenstab zusammentritt, der aus Vertretern verschiedener Behörden und Energieunternehmen besteht. Die Gasversorger und die Betreiber von Gasleitungen werden verpflichtet, täglich die Lage für die Bundesregierung einzuschätzen. Auch im sächsischen Wirtschaftsministerium analysieren wir die Lage fortlaufend und stehen mit den Vertretern der Wirtschaft bereits im Kontakt. Ich will eines klarstellen. Die Versorgungssicherheit für die sächsische Wirtschaft und die Haushalte ist aktuell gewährleistet. Der Staat muss noch nicht in die Gasversorgung eingreifen. Die Bundesregierung tut alles, damit die Versorgungssicherheit auch weiter gewährleistet bleibt. Wir sehen aktuell keine Versorgungsengpässe und damit auch keine Beeinträchtigung in der Produktion aufgrund der Gasversorgung. Durch die Frühwarnstufe behalten wir die Lage klar im Blick. Für die kommenden Wochen und den Sommer können wir dank der bereits ergriffenen Vorsorgemaßnahmen auf russisches Gas verzichten. Um jedoch im kommenden Herbst und Winter die Versorgung zu gewährleisten, müssen nun Maßnahmen ergriffen werden. Daher ist jeder Gasverbraucher, egal ob Privathaushalt oder Unternehmen gehalten, so viel Energie wie möglich einzusparen.